so mal gucken was ich jetzt machen kann also ich habe jetzt vier knöpfe der öffnet auf jeden fall die erste tür der öffnet die eröffnet die zweite der öffnet die erste der öffnet die dritte der öffnet die vierte aber wenn ich da runter laufe dann ist er sofort unten wieder das ist natürlich auch auch doof der lichter gar nicht ich kann den natürlich so ein bisschen so machen hilft mir das irgendwas ich werde sehen das war knapp ich muss den ein bisschen zurück bewegen so jetzt habe ich da den klo drin ist super nur ist er tot scheiße noch mal ups komm her du klo ein klo da ein klo da doch ein klo dahin und das war knapp dann vielleicht ein klo dahin sehr schön könnte ich mir meine klone wiederholen ja auch sehr schön könnte ich die vierte tür öffnen mache ich auch sehr geil jetzt habe ich da einen klo kann ich da einen hinsetzen hallo du stehe ich hier mit meinem können aber ich kann ja erstmal vielleicht muss ich den hier andersrum da drauf haben scheiße jetzt habe ich aber den hier verloren nein das ist natürlich mist dass ich den da verloren habe den für ihre vierte tür das war so natürlich jetzt nicht geplant erstmal ein bisschen meine klone wiederholen so jetzt muss ich da oben einen hinsetzen dann da einen hinsetzen dann zu dem switchen da rüber gehen die wieder aktivieren sehr schön den hier switchen rüber gehen switchen rüber gehen switchen 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 gewonnen wow was für ein rätsel gut ich muss jetzt auf jeden fall ein paar solar panels aktivieren hier wäre erstmal zu den 66 hätte ich gesagt neum ich habe jetzt auch herausgefunden warum mein spiel abgeschmiert ist sonst die letzten aufnahme sessions weil ich jedes mal sobald ich aus dem swopper spiel raus tappe spiel das ganze spiel ab was natürlich extrem scheiße ist das ist natürlich sehr sehr wenig helfend wenn ich da jedes mal beim raus switchen oh ich bin im weltall ich bin weg das ist natürlich wenig hilfreich wenn ich jedes mal beim raus switchen die aufnahme dadurch abschmieren lasse scheiße oh zählt sogar als getroffen geil was ist das sieht aus wie eine höhle hier ist auf jeden fall ein teleporter das ist sehr hilfreich wieso verschwimmt hier alles ah alles wieder gut was ist hier drin ein rätsel sehr schön ich mag rätsel ach so ich muss jetzt erstmal die bodendinger wegkriegen warum kann ich keinen reinsetzen da schon die macht eine bodenplatte weg wo ist denn der andere schalte ach so der andere schalte ist da über der decke über kopf so dann kann ich den da hinsetzen den swatchen scheiße swappen heißt das natürlich und ich will den ja nicht hier oben haben man ey was ist denn das so jetzt will ich den dahin haben und den will ich ach man bin ich denn zu blöd dafür oder was das gibt's doch nicht ach da kann ich gar keinen reinsetzen ja ok es wird nur ein bisschen dunkler warum wird das lichter dunkler äh ich brauche auf jeden fall jetzt was brauche ich denn ich brauche da oben einen ich kriege da oben einen hin gar nicht das ist natürlich ein bisschen Mist ich kann natürlich jetzt hier hin swappen aber das hilft mir auch nichts äh nochmal das ganze das ganze Spiel der kann auf jeden fall da unten hin swappen ach jetzt kann oh scheiße das hätte ich mit dem nach längst laufen können so so was möchte ich denn jetzt ich möchte gerne da oben drauf einen haben der gerade steht ich habe aber nur noch einen Klon über zur Verfügung bedeutet theoretisch müsste ich einen loswerden nochmal den ganzen Spaß vielleicht muss ich auch erst den da oben hinsetzen scheiße nochmal nochmal wir haben ja Zeit wir haben ja Zeit vor allem muss ich ja dann noch von hier aus von da aus hier her laufen das ist ja auch geil boah was sind das denn für Rätsel jetzt plötzlich das ist ja unglaublich ne so der macht hier das lila nicht weg oh ok das bedeutet man könnte was könnte was könnte man könnte nichts kann ich da durch es hilft mir ja nichts es hilft mir ja nichts müsste ja eigentlich genau da einen drunter setzen dann einen davon töten dann einen davon töten aber das schaffe ich ja nicht verdammt der da oben ist irgendwie verkehrt aber den kriege ich auch nicht weg ich hätte gerne da unten den mit weg irgendwie den da unten getötet aber wie komme ich da unten hin aber wie komme ich da unten hin ach das ist doch scheiße man Leute hallo Leute da oben kann ich keine reinsetzen auch Leute muss ich ernsthaft die Aufnahme gleich mal unterbrechen und nachgucken wie das Rätsel geht das wäre ja auch blöd das will ich ja auch nicht ach hier kann ich gar keinen hinsetzen ne ich kann auch gar nicht rausschießen wieso eigentlich nicht weil ich keine mehr habe warte mal ich habe eine Idee ich habe wieder mal eine sehr schöne Idee wie meistens wo erstmal den da oben so kann ich den da hinsetzen das ist doch gar nicht das was ich will ich will doch erstmal erstmal nachdenken das ist das was ich will so den dann da hin den dann da hin ich wollte gerade sagen hallo wirst du wohl wirst du wohl swappen den dann da hin ich brauche die beiden da unten bäm das ist der Grund für das alles hier bäm ähm was habe ich jetzt vor ich habe jetzt vor den da drauf zu setzen dann mit den beiden voraus zu laufen und den da hin zu pflanzen bäm boah ich habe nicht mal ich muss nicht mal nachgucken wie geil hatte ich gerade noch einen geistesblitz oh hm jetzt komme ich hier nicht mal mehr raus so einen geistesblitz habe ich so dann geht es einfach mal nach oben wach ich weiß gar nicht warum das jetzt plötzlich so verschwommen ist wegen den astroiten überall versuchen die auf mein gehirn zuzugreifen kann sein ah schön ich habe gerade meinen meinen Kopf langsam genannt kann sein ist das ein Arschloch kann sein ach man ey ich will doch rüberhüpfen so was ist mein Plan mein Plan ist ja eigentlich da oben hin zu gehen hinzugehen 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 und dann